moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video zeige ich euch den einfachsten unendlich gift pflanzen solo glitch den es gibt dieser glitch ist besonders gut für die leute die das mit dem timing vorher nicht hinbekommen haben mit der gift pflanze das ist jetzt gegessen leute alles was ihr hierfür braucht ist eure gift pflanze auf stufe 5 und wenn ihr dann mindestens eine ladung voll habt dann geht dorthin wo ich hingehe denn wir gehen in den pailup spot in der krankenstation wenn ihr dann in der krankenstation seit dann stellt euch vor diesen tank und ihr müsst an diesem zweiten kreis dort drauf springen also springt aus der distanz hoch beim klettern puste so ein kleines bisschen zurück und wenn ihr das richtig gemacht habt versammeln sich alle zombies unter euch so jetzt müsst ihr alle zombies unter euch erstmal versammeln also die ganzen zombies einer runde fangt dafür am besten eine neue runde an und sammelt alle zombies erstmal unter euch es ist halt auch wichtig leute dass ihr mittig in diesem pailup spot seid so wie ich es euch gezeigt habe weil sonst könnt ihr hinterher eure gift pflanze nicht einsetzen so wenn ihr dann die ganzen zombies unter euch habt dann geht einen schritt zurück und aktiviert eure gift pflanze und ihr seht beim klettern werden die zombies dann durch die gift pflanze sterben und das war es dann auch schon mit dem witch jetzt bleibt die pflanze für immer dort ihr müsst nur noch hier in diese ecke wo ich hingehe also bleibt geduckt in der ecke stehen leute das ist ganz wichtig denn dann kommt auch der megatron nicht als pond zwar aber er kommt nicht rein also genauso wie ich hier steht geduckt in der ecke bleiben und dann könnt ihr einfach afk bleiben denn die runden pushen sich von selbst so das war es dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein leichter schreibt mir die kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten video oder im nächsten stream macht's gut leute abonniere